Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben während des Turniers die Trainer der einzelnen Mannschaften gebeten, uns die aus ihrer Sicht beste Spielerin, beste Torhüterin zu benennen und möchten diese jetzt dann auch zuerst einmal ehren. Die beste Spielerin ist die Nummer 10 von Leiselheim. Die habe ich dann mal hier nach vorne gebeten. Ich kann es glaube ich gar nicht passen. Die beste Torhüterin des heutigen Tages ist die Lisa Feenrad von Hermannia Aachen. Die Torschützenkönigin des heutigen Tages ist die Nummer 9 der TSG Hoffenheim, die Judenäcker. Kommen wir nun zu den einzelnen Platzierungen. Den vierten Platz belebt die Mannschaft des 1. FC Köln. Den dritten Platz belegt die Mannschaft der Alemannia aus Aachen. Den zweiten Platz belebt die Mannschaft des SC07-9A1. Und Sieger des Turniers durch einen 3 zu 0 Finale. ist die Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Applaus Bedanken möchten wir uns auch bei den Schiedsrichtern des heutigen Tages. Das ist der Nico Marx, die Astrid Winkold und der Erich Prings. Vielen Dank dafür. Auf euch einen Applaus. Viel Erfolg und einen schönen ersten Advent. Ja, vielen Dank. Hier kann ich mich nur anschließen. Und ich bitte noch mal einen Rechtern zwischenabraus für die Mädels, die heute so wunderbar gespielt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.